So, wenn ich einsteige, dann... Wie kannst du mich denn töten? Oh, wie geil, das schneide ich als Outtack rein. Wie geil, das ist denn? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Mike und ich präsente heute heute ein neues Video von uns. Der Racer-Axel ist hier am Start und wir spielen Battlefield. Hallo Racer-Axel. Hallo, guten Tag. Jetzt, willkommen. So, dann nehmen wir auch schon mal E ein. Jo, wir haben insgesamt jetzt schon fast... Nein. Und hinter uns einer. Ich sehe, er ist weg aus, reparieren. Dann können wir ficken. Aber ich muss auch länger reparieren. Okay, nein, er haut uns weg, glaube ich. Reparierst du? Ja. Warte mal, er kommt von links. Gleich fängt's an hier mit Action. Aber ich hab'n Kamu-Plex sehr gut. Ein Schuss... Nein, schüsse. Ah, gut, dann haben wir sehr gut. Ja, down. Sehr schön, danke. Ja, warte, ich helfe dir noch weiter. Ja, mach. So, jetzt steig ich ein. Ja, wir haben fünf Minuten gebraucht, bis ich einsteigen durfte. Das ist echt assi. Ja. Weil irgendwie jeder Scheiß-Typ wollte da rein. Alles nur aussehen. Du wolltest doch nur dieses Video nicht machen. Gib's doch zu. Wir freuen uns mit dem Tank. Der Race-Achse ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Der Konsol4Gaming, beziehungsweise JeWi, beziehungsweise Mike auch. Wollte ich ein Video machen. So, bang, wir haben den weg. Irgendwas kommt schon wieder. Das ist ein ziemliches Marsch. Scheiß, das war ein Jet. So, jetzt. Geh mal grad raus. Glaubst du, ich schaff's? Jupp. Ähm, nein. Äh, vielleicht. Hä, was schießt auf uns? Ach, Tank. Ähm, egal, komm mal schnell rein. Komm schnell rein. Komm schnell rein. Komm schnell rein. Kann man dem Tank ausweichen. Ich hab keine Muni mehr. Geh Gas. Komm schnell rein. Ich versuch's. Und der Heli kommt. Okay, das wird schwer. Krieg's mal auf der Heli. Äh. Egal, kannst du kurz reparieren. Versuch den Heli zu holen. Ich will den jetzt holen, wenn ich gut. Das wär nice. Ja, schießen darf er. Egal. Gut, komm rein. Boah, und flink zwei Helis rum. Links von uns ist auf jeden Fall noch ein Tank irgendwo. Vor uns ist noch ein Tank. Und der Jet-Combie. Jupp, Jet. Und Tank. Alter, ihr betreibt's doch, Leute. Ich würde abhauen. Ich würde ganz schnell weggehen. Ich geh auch ganz schnell weg. Boah. Was? 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 Was ist da denn los, Mann? Ey, das gibt's doch gar nicht. Man, sorry fürs Feilen. Aber, habt ihr gesehen, wie unfair. Heli. Nice. Hab Heli. Reparier du mal am besten. Mal reparieren. Ich muss. Aber ich glaube, wir gehen eh schnell down bei den ganzen Tanks. Und Helis und Jets. Boah, sie stehen eiskalt drei Tanks? Was ist denn los? Ich bin einfach mal bei einem. Ich weiß ja, dass es nicht zählt. Nice, einen hab ich. Vorne. Ich greife jetzt gegen einen Heli an. Okay, links ist noch einer. Wo ist ein Heli? Direkt vor uns. Und rechts von uns. Fuck, der ist gut. Hab ihn. Nice. Warte, jetzt versuche ich, einen zweiten Heli zu holen. Dann kann ich nicht reparieren irgendwo eine Stelle. Doch, so. Bist du eigentlich fern. Fuck, irgendwo ist noch ein anderer, der auf uns schießt. Links von uns Heli. Mist. Immer auf die Karte achten. Warte, über uns nach. Hab ich, hab ich, hab ich. Sehr schön, nice. Drei Helis langgeholt. Die Aufnahme musst du benutzen, ja. Auf jeden Fall. AA schießt auf uns von der Base. Okay, das ist nicht geil. Oh oh. Okay, wir werden kassieren. Timo, versuche in unserer Base zu fahren. Ich muss angreifen. Wir werden sterben, glaube ich. Ja, sieht nicht gut aus. Na, scheiße. Ach, egal. Drei Helis hast du gesagt, hast du gekriegt. Goa, ja, 6, 2, ich noch 3, 0. Ich muss auf jeden Fall jetzt auch mal was vielleicht reißen. Oh, der Chat. Nein. Egal, du hast nichts, oder? Ja, ich kann aber nicht fliegen. Ja, hätte es mir gelassen. Nein, Spaß. Egal, versuche irgendwas zu reißen. Mal, brauchst du immer mal Kills. Solange du dich sofort gegen irgendwas versenkst, das ist alles gut. Ich versuche mal, hier so einen Tank vielleicht zu holen, oder so. Ich bin noch nie Heli gefangen. Äh, hier Jet. Was? Nein, fast noch nie. Oder besser gesagt, ich habe noch nie was gerissen am Jet. Ach, scheiße. Ich versuche gerade mit dem S-Rohr den Heli zu holen. Wie er uns gerade eben gekillt hat, der Böse. Äh, wärst du lieber geflogen. Ich glaube es nicht. Ja, kannst du ja mal hier landen. Nimm ich ihn. Ach, ich glaube, das schaffst du nicht. Weiß ich nicht. Auf der Straße. Das war ziemlich schwer. Habe ich auf jeden Fall schon mal einen? Wow. Naja, von uns gut. Ich fliege immer noch die Heli. Du kannst ja auch noch so sagen, wenn die Heli so eine MG geht, ist es ziemlich schnell. Der ist relativ gut. Mist. Mist, Mist, Mist. Wo ich mir das auch gerade nicht so richtig falsch machen soll. Ich glaube, ich krall mir mal hier den Jeep. Und fahr mal zu... Keine Ahnung, wohin. Aber ich bin immer noch im Jet drin. Respekt. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Nee. Wow. Rumrum. Tutut. Oh. Der Bro. Skiller hier im Jet. Gerade mir vorbeigeflogen. Ist das ein Jet? Was? Keine Ahnung. Ich dachte, da ist ein Gegner. Ich... Vom Gegner den... Ein Jet. Oh, fang, 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 fang. Ich habe gerade das feindliche Netzwerk. So, jetzt wieder. Jetzt kann ich wieder versuchen, den Heli zu kriegen. Das war ein letztes. Geil. So, aber dann hat er einen anderen. Dann füge ich auch hier den Arzendertreißig. Oh Mist. Nice. Mit dem Arzendertreißen. Wie ich nichts treffe mit dem Scheiß-Hegi. Das ist scheiße. Ach, ich habe mit dem Arzendertreißen-Hegi geholt. Geile Sache. Also die Aufnahme ist gut, ne? Hm, ja. Aber ich habe leider keinen Kill dafür bekommen. Abzock. Was? Was für gescheitert ist, ich... Oh, was... Oh. Komm, schießt den Anschluss. Aus. Mann, ich will doch raus. Mist. Kacke. Wieder tot. Mann. Ich weiß, lande ich, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Echt, du landest? Land, Mann. Echt auf der Fahrbahn. Auf der großen Straße. Aber nicht so, dass du ins verbotene Gebiet fliegst. Ja, jetzt. Andere Richtung, jetzt landen. Obwohl, jetzt hier ist ein Jet, ne? Und tot. Nein! Alles klar. Es war mir so klar, dass ich nix reiße mit dem Jet. Egal. Just for fun. Och, ne, ich spawn direkt nen Tank, ne, bei mir. Nice. Das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Tank der noch nicht mal was kann. Kommst du bei mir rein? Läu ist ja schlecht. Kommst du bei mir rein? Ah, ich hab nen Tank von dem geholt. Außer noch bist du ne, ey, ey, da kann man nur alleine rein. Spackend. Oh, ne, du bist doch keiner, ey, das ist doch nicht stimmt. Oh, ich bin eh tot. So gut wie. Fast. Nicht. Okay, doch. Egal, ich hab auch einen mitgenommen. Beste Schmieder? Jawohl. Alles klar, die Team hat einer 19.01. 20.01. Läuft bei ihm. Wo bist denn du? Da bist du. Och, ne, da ist ja schon einer bei dir drin. Das ist doch scheiße, ich bin im A2 und 3 gespawnt. Och, Mann. Das wird ja okay. Werf den mal raus oder so. Ich will wenigstens dann ans zweite Geschwitz und das ist scheiße. Weck, wir drücken mal aufs Aussteigen halt. Aber wie viele da reingehen, die Lappen, ey. Kommt, häng. Sonst sterben wir ab. Das ist gar nicht gut. Raus! Ey, wo ist hier eigentlich dieses Battle Pickup, was hier liegt? Oben. Glaublich. Auf dem Träger. Oh, hier ist ein Heli-Abstütz. Schnell, 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 schnell. Ich verpiss mich da mal kurz. Die Stahlträger? Nein, die sind Stahlträger. Ey, vermisst du mich doch nicht. Freis ich mir endlich einen Kill irgendwie. Nur einen Hilfskill. Wollen die mich verarschen? Oh, ey. Mann, das gibt's gar nicht. Ah, hier ist direkt ein Gegner. Den knife ich mir jetzt mal. Ach, scheiße, mir hat er eine Sniper wegholt, weil ich ihn nicht gesehen hab. Nice. Ich erwarte mich nicht. Toll. Geil. Egal, egal. Mein Ergebnis ist echt scheiße, aber Ray's Axel geht eigentlich, klar. Naja. Wirklich. So, jetzt steigt bei mir schnell ein. Ach, cool. Wenn du den jetzt noch gekriegt hättest, wäre Bomben. Hm. Na, ich krieg auch heute gar nichts mehr da. Wollen wir uns erstmal E. Na, die Runde ist E, was werde ich mir haben verloren. Egal, egal. Das ist lustig. Du Splastenkämmer. Dumm, Alter. Dumm. Ruhig, 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 ruhig. Nein. Aber zerstört, glaub ich. Wen? Der Tier hat mich. Der Krieg, nahm er getötet, aber den Heli haben wir nicht geholt. Hm, schade. Oh, oh, wenn ein Heli auf uns, geht's mir am Arsch. Ah, gut, er dreht ab. Ah, der Jet geht auf uns. Oh, kacke, wir hatten gar keinen Aktivschutz, scheiße. Oh, fuck, geh mal, geh mal. Geh mal schnell reparieren. Ja. Na, auf jeden Fall, ich bin lieber hier der Reparateur und, äh, jawohl, wie die Wut. So, der ist, jetzt fahr mal rein, ich versuche jetzt ein paar Leute wenigstens zu treffen, dass ich, oh, da vorne. Bei dem kann ich nichts reißen, ne? Nope, aber da hätten wir ganz viele. Ähm, fuck, direkt links neben uns ein Tank. Wir werden sterben. Ah, ne, der, hä, der ist rausgegangen. Ah, ne, doch nicht. So, ich geh raus. Helfe dir. Ja, ich hab nämlich gar keinen Mund hier im Tank, das ist dumme. Bug, davon kommt auch noch im Tank. Wieso? Come on. Komm mal her, schnell. Wir haben vor zwei Tanks angegriffen, das ist nicht gut. Wenn wir das überleben, ne? Wir sind wie, was habt ihr, aber ich werde angegriffen. Ähm, jup, nein, du überlöfst das nicht. Fuck, fuck, fuck. Läuft, scheiße. What the fuck? Hä? Äh, was? Ach, egal, scheiß drauf. Du hast einen gekillt? Ja, irgendwie komischerweise. Ja, ein Tank hat mich nicht gesehen, äh, wenn wir spawnen, ist nicht so gut. Nein, nicht auf ihn schießen. Nein, hör auf, hör auf. Der tötet uns doch. Gut, dass du keinen Elm hast und nicht getroffen hast. Ja, Mann, ich hab extra weggezogen. Ja, ja. Weil du auch voll mit dem RPG wegziehen kannst. Oh, fuck, von vorne, von hinten. Äh, von Tank. Scheiße, den Tod. Ach, du scheiße, ist egal, ist egal. Äh, wie haben wir die ganze Zeit Tank-Scheißen, ne? Ich, ganz, die Gegner, überrumpeln uns, ist echt dreckig. Na, ich weiß nicht, okay. Auf, Park, Geburts. Der 2 ist das Gaspedal. Oh, meine Stimme. Nein, stimmt. So. Na, es sind eben auch 29 Tickets. Deck da. Ah, egal, egal. Lädst das hoch? Ja. Ich auch. Scheiß auf, dass ich kein... Können wir mal gleich dual-com-parry mal wieder hochladen. Ich werde es auch hochladen, trotzdem, dass ich verkackt hab. Aber... Ich hab verkackt. Ich geh grad, den ich treffe, Alter, wie hässlich. Du hast mich auch unterstützt. Okay. Ähm. Oh, fuck. Jet hat noch ein paar Treffer gelandet. Ähm, hm 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 hm. Wo war es noch? So. Wenn ich sekel, okay. Ok ähm ja schon wieder, ich tänke mich schnell holen, denn ich verstehe das langsam nicht mehr werde ich nicht mal feierlich mhm egal auf jeden Fall wird es äh, machst du Videos über den neuen DLC Final Stand wahrscheinlich, ja wie gut, werde ich auch da machen ich kann mich auch mal schauen, wenn du Bock hast ja, können wir auch mal machen und ja auf jeden Fall ein Abo bei uns beiden da lassen, wenn ihr Bock auf neue Videos habt auf Battlefield und ja äh, die Runde habe ich nichts gerissen, das war ein bisschen blöd, aber ich habe dafür ein bisschen geholfen, via Reparatur und so was ja, auf jeden Fall bin auch zum ersten Mal Jet geflogen Premiere ja, und also sage ich mal, haute hier rein und danke fürs Zuschauen ja, dankeschön und bis zum nächsten Video, ciao bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.